Kommen zurück zu GONNER und ja, ich hab ja im letzten Part ein bisschen gefailt. Wie gesagt, es ist ja alles hier zufallsgeneriert und das werdet ihr auch feststellen, weil ich ja jetzt wieder mit der Highscore auf 0 bin. Und jetzt müssen wir erst da, äh, wieder klarkommen. Komm, nee, hier sind, es soll ja auch Geheimgänge geben, aber wir müssen erst mal finden. So, komm. Und weg mit dir. Okay. Jetzt die Frage, hat er die Munition aufgefüllt oder nicht? Ja, hat er. Okay. Boah. Ja, ne, würde ich das jetzt austauschen, aber irgendwie geht das nicht. Ich würde auch mal interessieren, gibt es Bonuspunkte? Wenn ich alle Gegner besiege oder nicht? Hm. Und weitere Fragen werden wie immer nicht beantwortet. Ähm. Oh, krass, was sind das für eine Kanone? Weg mit dir. Krass, das ist eine Sache. Oh, nein. Danke. Nein. Das war kackt. Hier ist nix weiter. Okay. Gehen einfach mal durch. Wir gucken einfach mal, muss man alle Gegner töten oder nicht? Außer für einen Highscore. Oh, shit. Und da. Und da. Und da. Und da. Wow Was kann das jetzt hier? Egal Wir haben jetzt gerade irgendwas ausgelöst Und damit wir Ach komm, durch da Wir gehen einfach durch So, was haben wir denn Hier als Oh Okay Was bringt jetzt dieser Highfluss? Kann ich bessere Nachlademunition oder sowas? Äh Jetzt? Oh nein Oh shit Wow 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 Warum sind hier Slowdowns? Nein, 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 nein Oh shit Oh komm, runter Nein 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 Okay Danke Puh Puh Flügendteile gesammelt, um wieder Leben zu bekommen Okay Also gehen wir nochmal in dieses Level rein Abschnitt rein Bosskampf Fuck Fuck Alter, was für ein heftiger Bosskampf Wow Nochmal versuchen Okay Okay Wir probieren es nochmal Ich weiß jetzt aber nicht, wo wir landen Muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen Okay, wir sind wieder am Anfang Und schön langsam runter War glaube ich so das Tutorial Level Und danach geht es erst richtig los Mal schön drauf springen Okay, jetzt haben wir das Problem Jetzt ist der Typ wieder Okay, der ist auch in Ordnung Der ist ja auch erledigt Hui Also es ist so eine Mischung aus Nein Wow Oh shit Puh Oh nein Ich geh rein da Alter Alter, ist das schwer Aber geil Ich finde es geil Das ist geil Schwer herausfordernd Da noch ein Multiplayer oder sowas Okay Okay Komm her Munition Also die Haiflosse Dealt dafür, dass man anscheinend hier so einen Multischuss hat Oh nein Hui Okay Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Yeah Alter, ist das strange Hau ab Hau ab Hoch Unter Unter Zum Glück Kann man da drüber springen Gar nicht ausmalen, was ich sonst noch hätte alles erleben können Und die Schnecke ja auch noch weg Okay Okay, was auch immer das war Kommst du auch weg Egal, wir gehen durch da Oh nein Nein, 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 nein Rein da Ganz schnell rein da Je mehr Gegner man tötet, desto mehr Items bekommt man, glaube ich Das ist der Hintergrund Okay Weiß jetzt noch nicht, was ich habe Aber ich werd's gleich sehen Und ja, sind wir, glaube ich, jetzt schon wieder beim Boss-Level Ja Nein Oh shit Nein Alter, Leute Ist das schwer Ich würd sagen Wir sehen uns im nächsten Part wieder Den Tod besuchen Gucken wir uns das mal ganz kurz an Lol Hihi Was ist das denn geiles Was Okay, hier können wir anscheinend noch irgendwas machen Komm ich denn da hoch Komm ich denn da hoch Komm ich denn da hoch Okay Nein Ja, jetzt hab ich's Gut, also hier können wir dann Beim Tod anscheinend noch irgendwelche anderen Sachen bekommen Keine Ahnung, was das genau bedeutet Aber gut, damit geht es dann weiter Gut, komm Zwei Minuten haben wir noch Okay Okay, hier durch Oh nein Nein Ja komm Okay, hier konnten wir hoch Nein, komm Weg du Schnecke Und jetzt haben wir hier noch einen Gegner Aber der hat nix für uns Okay Wenn man nach oben drückt Kann man höher springen Nice to know Nett zu wissen So, was haben wir denn als nächstes hier Oh, schöne Sache Schöne Sache Ähm Wie meint das jetzt am besten Ich Mal anzulocken Ja, genau Wow Okay So Nein Oh, komm Oh, cool Wenn ich meinen Kopf verliere Krieg ich hier einen größeren Kopf Krass Muss man sich ja schon fast absichtlich treffen lassen Coole Sache Ah, komm Lass mir mal mit Oh nein Oh nein Verlangen wir auch nochmal ab Also wenn ihr sterbt Könnt ihr damit sogar versuchen Euer Upgrade zu bekommen Okay Okay Hier hoch Oh nein Oh nein Jetzt kannst du sie auch noch Nein 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 Oh shit Oh nein Ich bin hier durch Okay Wir haben sau viele Geil Geil, 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 geil Wir haben sau viele Items bekommen Finde ich super Das finde ich Super Ah So, hier bekommt ich wieder Neues Leben Nehmen wir halt den kleineren in Kauf Genau Jetzt sind wir wieder beim Boss Probieren wir uns nochmal mit dem Boss Alter Verarschen Wow Wow Oh shit Oh shit Das gibt's nicht Das gibt's nicht Oh nein Nein, 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 nein. Okay. Nein! Hat gerade so gereicht. Gerade so, um zu überleben. Gerade so gereicht, um zu überleben. Deswegen können wir jetzt gleich nochmal den Boss probieren. Ah, komm. Nein. Nein. Oh, shit. Ja. Ich hab's. Wow, ich hab den Boss geschafft. Uh. Alter, Leute, das war mal eine Herausforderung, das sag ich euch. Ähm. Oh, liebe. Ja. Ich hab mir leid gefahrt, der Tod, dass du mich nicht mitnehmen konntest. Jetzt wird's sehr strange. Ich möchte wissen, was passiert ist, wenn ich nochmal Besuche mache. Wo starte ich? Bitte lass mich da vorne starten. Nein, ich starte vom Anfang. Okay, gut. Dann bedanke ich mich jetzt mal ganz herzlich. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Drohaut rein. Tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank.